servus und herzlich willkommen hier bei amars 90 vielen dank fürs einschalten ja wir gehen wohl der zweitschwierigsten frage in ganz world of warcraft auf den grund und zwar welche klasse soll ich spielen das ist wohl wirklich eine sehr schwere frage und sehr viele spieler stellen die sich immer wieder auch im stream kriege ich immer wieder die frage welche klasse soll ich denn spielen und immer wieder lese ich welche klasse soll ich denn spielen deswegen habe ich gesagt ich mache mal ein kleines video dazu um euch eine kleine unterstützung zu geben wie ihr euch am besten ja eine kleine übersicht machen könnt und rausfinden könnt welche klasse denn zu euch passt ganz wichtig weil sich jetzt einige fragen was ist denn die schwierigste frage die schwierigste frage ist wie soll man schar heißen ich möchte hier nur grob natürlich kurz auf die klassen eingehen und dann zeige ich euch noch ein bisschen ein trick wie man besser wie man mal kurz in die klasse eintauchen kann ganz wichtig ist natürlich vorher solltet wissen spielt ihr allianz oder horde habt ihr freunde auf der horn seite habt ihr freunde auf der allianz seite damit sich das schon mal entscheidet natürlich wir haben hier die unterschiedlichsten völker dann kommt es natürlich darauf an welches volk ihr spielt weil ihr könnt nicht mit jedem volk jede klasse spielen wie man hier sieht trolle können zum beispiel keine parladine werden und so weiter und so fort da gibt es halt ein paar unterschiede das sollte man sich dann schon ein bisschen im klaren sein welches volk wenn was man präferiert ganz klar möchte ich ja auch noch mal am anfang sagen da immer wieder in facebook gruppen in streams oder egal wo gesprochen wird schutzkrieger total broken kann man in eine tonne schmeißen frost magier die werden nicht mitgenommen und die können sowieso keinen schaden machen und so weiter und so fort das ist bullshit das ist riesengroßer bullshit es gibt definitiv balancing unterschiede der punkt ist ganz klar seid ihr hier auf das video gekommen spielt ihr höchstwahrscheinlich nicht mythisch plus über 15 oder geht mythisch ins schloss nathria raiden bzw direkt im nächsten raid wenn er dann rauskommt wollt ihr direkt mythisch den clear machen oder sowas weil dann dann sucht man ganz anders nach klassen das ist keine das ist eine ganz andere sache im normalen content den jeder so spielen kann ist jede klasse und jeder spec spielbar definitiv mit jedem spec ist zum beispiel mythisch plus bis 15 ohne probleme machbar hc raiden ohne probleme machbar pvp machen auch alles kein problem wir haben ein bisschen unterschiede die differenzieren sich immer wieder von patch zu patch und von vor allem ob wir am anfang eines addons sind oder am ende ein schutzkrieger ist zum beispiel am anfang eines addons ein eher schwächerer tank aber immer noch stark immer noch gut und geht gegen ende des addons meistens wird er dort stärker genau wie der frost magier auch der hat am anfang des addons meistens immer ein bisschen probleme mit höheren 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 und höheren gier kommt der frost magier immer wieder hinterher dann kommt auch noch auf die unterschiedlichen pulse an etc aber das ist wie gesagt alles im im bereich irgendwo oben drüber also ganz klare sache ist sowieso findet ihr eine klasse und ein speck den ihr mögt dann spielt diesen denn ganz 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 klar ist könnt ihr euch mit einer klasse mit einem speck identifizieren und habt spaß daran den zu spielen informiert ihr euch und natürlich einfach viel besser über diese klasse und lernt diese klasse auch viel besser als wenn ihr ein speck spielt der zwar vermeintlich der beste sein soll mit dem nächsten patch wahrscheinlich schon wieder umgekippt ist aber ihr werdet nicht den spaß daran entwickeln ihr werdet nicht so tief in die klasse dann eintauchen meistens ist dem so der fall deswegen sucht euch wirklich eine klasse raus mit der euch identifizieren könnt mit der euch mit der ihr einfach spaß habt dann werdet ihr merken ihr informiert euch viel besser über diese klasse und dann könnt ihr sie auch spielen wie gesagt jeder speck ist spielbar ganz klare sache das möchte ich nur mal ganz grob erwähnt haben weil ich finde das wird immer so zerrissen momentan in den in egal wo man liest über ww alle specks sind definitiv spielbar gut gehen wir mal eine grobe übersicht wir haben hier den krieger der kann tank und der hat drei specks einmal tank und zwei dds die zwei dds unterscheiden sich grob zwei zwei händer nehmen und drauf kloppen ein oder ein einmal einen zweihänder mensch das ist schwierig und tank klar der tank ist dann auch eher so eine der bereich alter ww tank sowie wie er früher mal gedacht war er heilt sich nicht großartig selbst wie zum beispiel ein demon hunter ein druide ein todesritter er blockt er und und hält harten schlägen stand so was dann haben wir den jäger der jäger ist die meistgespielte klasse in world of warcraft hat drei specks einmal einen nahkampf dann zwei fernkampf die fernkampf unterscheiden sich grob dass man einmal mit pet spielt also das pet hauptsächlich spielt und den meisten schaden dann auch mit dem pet macht und einmal ohne pet spielt dann haben wir gehen wir mal kurz auf was anderes dann haben wir den magier drei fernkampf specks frost arkhan und feuer feuer ist so der ich börste dir in 15 sekunden alles mögliche weg und fackel alles ab und dann muss ich warten auf meine nächste burst phase der frost ist eher so wo ich mach durchgehend schön schön schaden gerade zum beispiel zum leveln sehr geeignet man kann gegner schön slown crowd control einfach sehr gut machen arkhan so eine mischung aus beiden irgendwie muss man muss man reingehen und muss man sich mal ansehen dann haben wir den schurken dreimal mili specks also nahkampf idee einmal mehr richtung täuschung gehen also die angriffe aus dem aus dem hinterhalt aus dem schatten heraus einmal eher mit dolchen und gifte und einmal eher mit schwertern und etwas heftiger zuschlagen grob überschlagen die klasse dann haben wir den priester hat jedenfalls drei specks einmal den schatten priester ist das fernkampf dd das ist hier die erste der klassen beziehungsweise mit dem schurken der auch nicht nur eine ressource benutzen um schaden zu machen sondern zwei ressourcen beim schurken haben wir die energie und die combo punkte beim schatten priester haben wir mana und wahnsinn dann haben wir den disziplin priester der einer der schwierigsten oder nicht schwierigsten aber kompliziertesten heiler momentan in world of warcraft ist er halt über schaden machen das heißt immer müsst aktiv in den kampf eingreifen um auch gut zu heilen kann spaß machen kann fordernd sein muss man sich auf jeden fall gut reinlesen und dann haben wir den heilig priester der so der all round heiler schlechthin ist kann alles kann alles gut easy to play hard to master fällt ganz klar auf den heilig priester dieses sprichwort ziemlich kompakte klasse für alle situationen dann haben wir den hexenmeister drei fernkampf specks einmal er mit dämonen spielen also mit mit wie man hier schon sieht wichtel etc dann haben wir einmal eher mit flüchen spielen also er mit ganz vielen oder so viel sind sich mehr aber mit dots auf die mobs packen auf die gegner packen also schaden über zeit damage over time und dann haben wir einmal den zerstörungs hexer das ist für ja wenn man magier mit grünen feuer spielen wollte dann ist der zerstörungs hexer genau das richtige der spielt aber anders als der magier ebenfalls mit einer dritten ressource seelensplitter dann müssen wir auf was anderes schnell gehen dann haben wir den paladin ein sehr starker allrounder wir haben einmal einen tanks back der wirklich sehr gut ist ähnlich wie der krieger eher blocken und angriffe ausweichen aber er kann sich auch selbst heilen ist ein wirklich gutes bollwerk ein tank ich würde sagen für mich tatsächlich der einfachste tank also wenn ihr mal tank ausprobieren wollte ist der pala wahrscheinlich eine sehr gute wahl weil er eine wirklich einfache tank klasse ist also einfach zum reinkommen dann haben wir den dd spielt mit einem zweihänder macht ordentlichen schaden sag ich mal wie alle klassen spielt ja so der rächer des lichts halt spielt mit heilig attacken etc dann haben wir den heilig paladin ich möchte sagen dass es die zweit schwierigste heiler klasse in wo momentan spielt man also wenn man wirklich effektiv mit dem paladin spiel will macht man es ähnlich wie den disziplin priester man greift aktiv mit in den kampf ein macht schaden und halt dadurch auch noch wie sagt er kompliziert sehr gut sehr stark macht spaß fordernder dann haben wir den droiden die einzige klasse mit vier specks und zwar haben wir einmal den bären das ist der tank druide der diesmal kein schild oder sowas hat sondern lediglich mit seinem mit ausweichen sag ich mal den schaden abfängt dann haben wir einmal den feral droiden das ist die nahkampf katze ähnlich aufgebaut wie der schurke wir haben energie wir haben kombopunkte und greifen damit als katze den gegnern dann haben wir die eule ein verkampf speck der mit arkan mond und sonnenenergie sag ich mal auf die feine einprasselt und dann haben wir das bäumchen das ist der heiler droide der am ehesten sag ich mal aus dem raster ausfällt der heiler da er mit hotz also healing over time mit heilung über zeit mit ganz vielen hotz auf dem freund auf dem verbündeten heilt dann haben wir hier den schamanen eine sehr coole klasse hat ebenfalls drei specks ein nahkampf dd ein fernkampf dd und ein heiler der nahkampf dd ist meistens mit zwei einhändern spielt man ihm momentan glaube ich gerade ruft so seine elementare zur hilfe spielt mit kettenblitzen etc dann haben wir den fernkampf schamanen der halt wirklich nur rein mit fernkampf natur magie zorn magie arbeitet und dann haben wir den restro schamanen der halt halt mit natur magie hier würde ich sagen auch ein ziemlich simpler heiler ein ziemlich effektiver heiler und wo man auch wirklich gut und leicht reinkommen kann dann haben wir den mönch ebenfalls drei specks ein mili dd ein fernkampf dd ein heiler und ein tank also mili heiler tank der tank ist ein bisschen schwierig reinzukommen da er mit einer art staffelung des schadens also den schaden den er bekommt den staffelt er sich über die zeit und das muss man erst mal ein bisschen ja da muss man reinkommen finde ich ja aber dass das geht ist jetzt nicht unbedingt schwierig aber es geht man kommt rein der mili mönch ich würde sagen ähnelt so dem schurken und dem ferreldroiden in der art ja und dann haben wir den heiler der ich wüsste nicht ganz wem der ähneln soll aber für sich sehr spezielles sage ich mal dann haben wir die erste heldenklasse hier den demon hunter dämonenjäger zu deutsch der hat nur zwei specks und zwar einmal tank und dd der tank ähm agiert komplett mit ausweichen und parieren und dass das was ihn am meisten unterscheidet von den anderen tanks ist dass er sehr viel selbstheilung hat ja also den schaden den er reinkriegt versucht er selbst zu heilen eine der mobilsten tank klassen die wir haben ebenfalls hier gerade der demon hunter zu der gesamten klasse passt easy to play hard to master eine klasse in der man wirklich sehr schnell und gut reinkommen kann spaß haben kann definitiv aber wirklich den letzten prozent rauszuholen muss man ihn auch dann wirklich gut spielen können viele sagen gerade zum dem hunter ist eine face roll klasse also ne kopf tastatur und dann macht passiert da schon was wie gesagt easy to play hard to master der demon hunter dd ist nahkampf dd spielt mit kann halt übrigens auch als einzige klassik leben tragen und ist ja es war mal eine reine aoe burst maschine also eher wenn mehrere ziele gekommen sind dass man da richtig richtig rein gebürstet hat momentan ist es ziemlich runter gefahren ist er ist im aoe definitiv noch sehr gut aber nicht mehr so extrem ist er wurde ein bisschen daran genervt aber eine sehr mobile klasse eine wirklich sehr sehr mobile klasse macht sehr viel spaß zu spielen dann haben wir die nächste heldenklasse den todesritter todesritter hat zwei milli specks und ein tank speck der tank speck ist ähnlich wie der vom dämonen hunter wir weichen viel aus dem schaden wir heilen uns über die zeit und ja das ist so die die eigenart beim beim blut todesritter aka tank todesritter dann haben wir einmal den unholy der spielt wie man hier sieht mit einem begleiter und zwar mit einem ghoul zwei händer meist eher heftigere attacken dann haben wir den frost todesritter der er dual white spielt das heißt zwei einhänder kann aber auch mittlerweile ein zweihänder wieder tragen agiert er mit direkten attacken sag ich mal das nur mal kurz um grob noch mal die klassen zusammen zu fassen da müsste man wenn man jede klasse noch mal richtig wir müssten wir könnten über jede klasse glaube ich in 40 minuten video machen gehen wir doch jetzt mal dazu wie könnt ihr am einfachsten es schaffen in die klasse mal einzutauchen und euch wirklich ein übersicht zu machen passt diese anfangs rotation zu mir habe ich spaß an dieser klasse wie sieht es aus ich meine ich kenne ganz viele leute die sagen das sieht so kacke aus wenn er dann angreift weil das passt einfach nicht und das sieht nicht gut aus und ah todes magie ist doch irgendwie voll doof gibt es wirklich und wenn ihr so einer seid dann gibt es eine geile sache für euch wie herausfinden können ob ihr an der klasse eventuell spaß habt oder eben keinen spaß habt zum beispiel nehmen wir hier mal den paladin und dann habt ihr unten klassenprobe ja eigentlich also die klassenprobe ist für etwas anderes gedacht aber man kann mit der ein bisschen tricksen wir gehen jetzt einfach mal rein er stellt uns ihren schad test taste tau tita keine ahnung hauptsache irgendetwas da müssen wir uns hier einen speck aussuchen machen wir einfach mal vergeltung hat nichts zu sagen gehen wir auf beenden jetzt sieht man schon ich wurde hoch gelevelt ich bin jetzt automatisch auf level 48 jetzt muss ich mal kurz für den hier alle addons deaktivieren weil sonst legt er sich gleich ein zur tode wir gehen mal kurz rein ins spiel einfach nur schon mal auch als info wenn ihr dann sogar sagt ihr wollt den char direkt spielen und ihr habt gar keinen bock hochzuleven oder sowas könnt ihr euch im ww job einen push kaufen einen level push kaufen und dann könnt ihr euch den char den ihr jetzt zum testen benutzt habt auch gleich freischalten und auf einem hohen level spielen nur mal so als noch kleiner tipp so wir sind jetzt hier in so einer art szenario die einem beibringen soll was die klasse grob ist das ganze kann man machen man kann es aber auch sein lassen man nimmt halt einfach seinen ruhestein den man hier ganz normal in seinem rucksack hat und benutzt ihn wenn man jetzt horde ist kommt man nach orgrimma ist man allianz kommt man nach sturmwind und dort wenn man da die erste quest jetzt annimmt einen moment ladebildschirm hier ich nehme die erste quest an hat man gleichermaßen alle fähigkeiten der klasse paladin freigeschaltet eigentlich glaube ich nicht dass das von blizzard so gewollt ist aber ich glaube sie lassen es immer noch drin so jetzt können wir uns hier unseren unseren wir haben auch automatischen flug mount das ist auch direkt in der leiste mit drin können wir uns hier den den char schnappen und fliegen einfach mal zu einer boss puppe so die haben wir hier oben gleich in orgrimma drauf und jetzt können wir ganz in ruhe und für uns einfach testen welche klasse passt denn zu uns auch haben wir jetzt nicht mehr die restriktion nur noch vergeltung zu nehmen sondern wir können auf heilig gehen auf schutz oder auf vergeltung gehen wir jetzt mal auf vergeltung machen wir uns hier was ihr hier skillen wollt lest es euch einfach mal durch entscheidet vielleicht zuerst mal aus dem bauch raus schaut dann vielleicht nen guide oder so zu der klasse aber ansonsten entscheidet einfach mal aus dem bauch raus jetzt im gröbsten ist es sogar gerade für den anfang ganz egal ihr wollt einfach nur mal ein bisschen reinschnuppern ja dann ziehen wir uns hier so die gröbsten attacken raus man sieht so dass hier den kreuzfahrer stoß tschuldigung dann haben wir hier noch ein recht urteil aber da findet mir doch noch was ach so ich muss darauf vergelter gehen urteil des templars göttlicher sturm klinge der gerechtigkeit und die asche wenn noch mit dazu das sind so die main angriffe und dann können wir einfach an die boss puppe rangehen und können einfach mal ein bisschen gucken was macht er so okay das so ich baue hier oben noch eine ressource auf heilige kraft auch der paladin hat zwei ressourcen einmal mana einmal heilige kraft ich habe hier meine attacken kann ein bisschen mich in die attacken rein lesen kann gucken wie die synergien zu den attacken sind was baut heilige kraft auf was baut heilige kraft ab was kann ich als lücken füller dazwischen benutzen was hat einen großen cd etc was macht aoe schaden und 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 das kann man dann hier alles gucken auf level 48 hat man eigentlich schon so gut wie alle zauber freigeschaltet bzw deren ränge und kann wirklich mal in die klasse eintauchen und wirklich gucken gucken was hat die denn hier so überhaupt damit habt ihr wirklich einen sehr 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 guten einblick seid ihr dann fertig und denkt oh ja das sieht doch schon ganz cool aus dann gehen wir einfach mal hin und sagen ja gehen wir mal auf den heiler und dann gucken wir uns doch einfach mal den heiler an das ist sehr cool und das vor allem noch viel viel coolere an der sache ist jetzt müssen wir uns hier ein paar heilig zauber mal kurz raus ziehen ja man heilig schock dann haben wir hier licht der morgen nimmerung dann haben wir ein heiliges licht ja das ist so grob und jeder noch am 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 warum was denn wollen wir den lichtblitz da ist der lichtblitz so da haben wir dann im gröbsten alles und dann finden sich ja eigentlich irgendwo auch heilerpuppen wo sie denn hier heilerpuppen noch mal hier oben sind keine die sind weiter hinten hier kann das sein hier in der feste sind heilerpuppen gewesen bin ich mir nicht ziemlich sicher dass hier auch überall heilerpuppen sind wenn die hier oben nicht sind sind die unten drin ansonsten nehmt ihr euch einfach irgendein befreundetes ziel das kann man genauso machen so hier nehmen wir irgendwie da krieger der magar ihr könnt auch euch selbst nehmen und dann könnt ihr einfach mal gucken ah wir haben heiligen schock okay den den wollte ich jetzt der hat sich nicht mal heilen lassen auch gut die oberen führer wollen nicht geheilt werden anscheinend und dann können wir gucken wir haben hier lichtblitz etc gerade weil ich auch zum beispiel gesagt habe der heilig paladin ist der klasse der auch gerne am ziel steht kann man dann ja gucken wie ist das schaffe ich das am ziel dran zu stehen meine attacken hier zu machen und dann auf ein anderes ziel zu heilen gucke halt die synergie wie heilt es zueinander kann mir die zauber wieder mal durch lesen etc kann mir die talente einmal komplett durchlesen kann die talente hier in ogre mal die ganze zeit hin und her wechseln das ist auch ein wichtiger punkt ihr seid hier in ogre immer ihr seid in einer ruhezone das heißt ihr könnt wechseln 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 die ganze zeit und könnt euch einmal so wirklich 10 15 20 minuten mit einer klasse auseinandersetzen das bringt am meisten und wenn ihr dann merkt ja cool dann kann man mal wirklich anfangen mit der klasse zu leveln wie gesagt ihr könnt auch ihr könnt euch etliche probe charaktere erstellen immer wieder da gibt es keine restriktionen zu ihr könnt euch immer wieder welche erstellen das ist gar kein problem ihr könnt ihr dann auch einfach löschen oder eben diese aufwerten hier über den shop kann man sich die dienste charakter aufwertung kostet 60 euro kann man sich kaufen und dann die den auch direkt aufwerten wenn ihr möchtet aber ich sag's euch spielte die klasse zum ersten mal ist leveln schon ganz gut um in die klasse ein bisschen rein zu finden gerade da jetzt ab shadowlands der level weg doch recht easy ist ihr könnt euch irgendeine expansion aussuchen und dort einfach leveln oder wie gesagt ihr erstellt euch noch mal einen anderen probe char und guckt da noch mal ansonsten könnt ihr sie mal einfach löschen wie gesagt 50 charaktere könnt ihr maximal auf einem realm haben das heißt ihr könnt jede klasse einmal erstellen das ist gar kein problem auch wenn ihr dann merkt ich will mal schauen wie der paladin vielleicht aussieht auf dem tauren der taure kann auch paladin spielen sehen ja ja attacken cooler aus macht mir das mehr spaß passt das mehr zu mir mit so einem blümchen im gesicht wer weiß ich hoffe ich konnte euch mit diesem video ein bisschen helfen in die klassenwahl reinzukommen es ist ein sehr schwieriges thema ich selber kenne sich spiel eigentlich 45 unterschiedliche klassen weil mir auch mehrere gefallen wo ww ist da halt einfach sehr abwechslungsreich hat sehr viele facetten in den einzelnen klassen und es lohnt sich wirklich sich einfach mal vorher kurz damit auseinanderzusetzen bevor man dann 40 level gelevelt haben sich sagt name also ich hab gedacht da kommt was anderes ich hoffe wie gesagt wenn euch das video gefallen hat daumen nach oben bin ich immer froh abo da lassen und habt ihr sonstige fragen oder sonst was gerne in die kommentare bei mir auf das corp in den discord reinkommen link ist unten oder einfach bei mir auf twitch mal vorbeischauen am aßen 90 ansonsten wünsche ich euch jetzt viel 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 spaß beim ja hin und her switchen der klasse und natürlich beim namen finden damit wünsche ich euch noch einen schönen abend und sagt servus und ade